Wussten Sie, dass Gruppenanleitungen richtig gut dafür geeignet sind, um in sozialen Gruppen mit Spaß zu lernen und sich persönlich weiterzuentwickeln? Aber dafür müssen Sie als Praxenanleitende zwei Sachen unbedingt beachten. Zum einen müssen Sie Interaktivität garantieren. Das heißt, Sie müssen immer wieder die Schülerinnen und Schüler ganz, ganz aktiv einbinden. Und um das zu können, müssen Sie zweitens super gut vorbereitet sein. Wenn Sie das beides beachten, dann kann eine Gruppenanleitung nur gut funktionieren und ich zeige Ihnen jetzt noch mal so ein paar Details, wie die Gruppenanleitung für alle gewinnbringend funktionieren kann. Mein Name ist Dominik Bruch, ich bin gelernter Gesundheits- und Krankenpfleger, habe in verschiedenen Bereichen gearbeitet und bis zum Master studiert. Und mit Ihnen möchte ich jetzt erst mal mit der Frage anfangen, warum? Warum nutzen wir eigentlich Gruppenanleitungen? Da ist zum ersten einmal das ganz praxisnah. Manchmal haben wir einfach viele Schülerinnen und Schüler, die wir als Praxenanleitende betreuen dürfen. Aber es gibt natürlich auch noch ganz, ganz viele andere Faktoren, die wir als Begründung heranziehen müssen. Zum einen gibt es ganz, ganz viele Vorteile, die wir in sozialen Situationen haben. Zum einen, dass wir entsprechend Personen dazu bringen, miteinander zu reden. Einmal kommunikative Fähigkeiten also stärken, auch Konfliktfähigkeiten stärken. Weil was ist denn eigentlich, wenn ich etwas gelernt habe, aber das irgendwie anders ist, als das, was Sie gelernt haben? Dann müssen wir ja irgendwie schauen, dass wir zueinander finden. Das ist ein Konflikt und von daher kann ich damit auch Konfliktsituationen wunderbar üben und trainieren. Ganz, ganz wichtig ist aber immer, dass wir schauen, wie groß ist die Gruppe eigentlich? Und Gruppenanleitungen sind immer ab zwei Lernenden. Das heißt, wir werden zu dritt, wenn wir als Praxenanleiter mit dabei sind. Und dann muss ich natürlich die entsprechende Methode, die ich dann konkret nutzen möchte in der Gruppenanleitung, entsprechend auswählen. Kommen wir zur zweiten Methode, die wir viele Gehirne denken besser als eins genannt haben. Diese Methode eignet sich vor allen Dingen als Vorbereitung für Fall- oder auch Beratungsgespräche. In beiden Fällen, in Fall- und auch Beratungsgesprächen, haben wir nämlich ganz, ganz viele Inhalte, die es zu bearbeiten gilt, die ich wissen muss, um dann nachher meine Stückchen rauszuziehen, um zu schauen, was möchte ich der Person jetzt zum Beispiel mitgeben oder was muss ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen in der Fallbesprechung besprechen. Hier ganz eindeutig, wir müssen das von dem Allgemeinen auf jeden Fall auf eine konkrete Situation runterbrechen innerhalb dieser Methode. Das Ziel dieser Methode ist es aber trotzdem, dass alle genau dieses breite Wissen erhalten und dann auch erkennen, Mensch, wo fehlen mir denn noch Puzzleteile und wo sind meine Puzzleteile besonders stark? Man würde das konkret benennen als Stärken und Schwächen erlernen. Grundsätzlich als Vorbereitung starten wir immer damit, dass wir erstmal eine Information rausgeben. Das heißt, wir sagen allen Lernenden, die wir integrieren wollen. An dem und dem Datum werden wir entsprechend starten mit einer Gruppenanleitung. Auch hier denken Sie immer dran, schriftlich einmal das Thema nennen, eventuell auch schon die konkrete Situation. Sie haben jetzt vielleicht eine Bewohnerin, die hat ein Dekubitus bekommen zum Beispiel und Sie wollen schauen, woran liegt es? Also Vorbereitung einer Fallbesprechung. Oder Sie haben ein Beratungsgespräch zum Thema Ernährung bei einer Person mit Demenz im ambulanten Pflegedienst zum Beispiel von aufliegenden Angehörigen und würden das hier entsprechend als Situation den Lernenden zu Anfang bereits mitgeben. Und dann klar machen, welche Vorbereitung Sie erwarten. Es kann sein, dass Sie sagen, guckt euch erstmal das an, wo ihr glaubt, ihr habt noch irgendwelche Schwächen oder schaut euch die Themen nochmal an. Kann aber auch sein, dass Sie schon sagen, bitte bereiten Sie sich vor anhand dieser und dieser Literaturquellen auf diese bestimmten Fragen. Zum Beispiel hatten wir gerade im stationären Bereich ist vielleicht ein Dekubitus entstanden. Dann schauen wir uns an, wie entsteht eigentlich ein Dekubitus, welche Risikofaktoren gibt es, welche Maßnahmen gibt es, was steht im Expertenstandard, dass man diese Sachen schon mal auf Literatur entsprechend vorbereitet. Im Bereich Ernährung könnte das sein, was ist eigentlich bei Ernährung wichtig, welche Nährstoffe gibt es denn eigentlich, was ist bei Demenz eigentlich herausfordernd und welche Möglichkeiten gibt es, um mal so ganz kurze Fragen zu stellen. Jetzt fragen Sie vielleicht gerade schon, Mensch, was ist denn eine Grenzsituation, was könnte eine Extremsituation sein? Das kommt ganz darauf an. Für manche ist es Angst, zum Beispiel mit Sterbenden in Kontakt zu kommen, wenn die in der Ausbildung sind. Andere haben vielleicht Angst vor Aggression und Gewalt. Andere Personen haben auch Angst vor der Grenzüberschreitung, eine Person zu entkleiden und zu waschen. Das ist ganz, ganz individuell. Und Sie bekommen das nur raus, wenn Sie Ihre Lernenden fragen. Deswegen möchte ich Sie auffordern, vorher in den Austausch zu gehen. Und Gruppenanleitungen eignen sich hier sehr, sehr gut dafür. Und zwar ist der einfachste Grund, wenn ich Ängste habe oder auch Vorbehalte habe, denke ich mir manchmal, Mensch, bin ich da vielleicht irgendwie komisch? Muss ich das überhaupt haben? Und wenn ich dann mit anderen ins Gespräch komme und die sagen mir, das habe ich auch als Vorbehalt. Und ich habe auch ein bisschen Angst davor, das erste Mal eine verstorbene Person zu sehen oder zu finden. Dann fühle ich mich bestätigt, die Gefühle sind validiert und entsprechend kann ich dann auch weitergehen und was gegen diese Gefühle auch machen, also mich vorbereiten. Eine klassische Methode würde hier auf Moderationskarten zurückgreifen. Sie hätten zum Beispiel Rot. Welche Vorbehalte habe ich? Welche Ängste habe ich? Ganz klar, Achtung, Rot, Warnsignal. Vielleicht auch Gelb. Was benötige ich? Was möchte ich eigentlich zur Vorbereitung machen? Muss ich zum Beispiel einfach nochmal wissen, was mache ich eigentlich, wenn ich eine verstorbene Person finde? Woher weiß ich, ob ich sie reanimieren muss oder ob die Person es nicht mehr wünscht? All solche Fragen könnten dort geklärt werden und würden dann dazu führen, dass die Lernenden sich wesentlich besser vorbereitet fühlen und die Vorbehalte vielleicht auch ein bisschen sinken. Und als letzte Farbe Grün. Was kann ich schon? Was hilft mir in der Situation? Was weiß ich vielleicht schon, damit eine Person auch merkt, Mensch, ich stehe nicht völlig entwaffnet da und bin völlig überfordert auf jeden Fall, sondern Mensch, ich habe zwar Vorbehalte, aber ich habe schon gewisse Sachen gelernt, gewisse Inhalte, gewisse Fertigkeiten, Wissen, was auch immer, um in die Situation zu kommen. Dann nehmen Sie entsprechend.